willkommen zu einer neuen folge wir bauen heute die empfänger box auch in den hier ein in den alten habt ihr kennt ihr mein video wo ich die schon einbaue deswegen wird das alles hier im schnelldurchlauf größtenteils ablaufen das sei denn ich mache noch was anders als wie beim letzten mal wollte es trotzdem festhalten dass ich hier auch den selben weg gegangen bin so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich lege das jetzt nur leicht da rein, leicht drauf, tue leicht die Schrauben anziehen, weil es fehlt ja noch der Regler und die Kabel müssen ja auch mit rein und eingesteckt werden. Aber deswegen kommen wir da nicht weiter. Beziehungsweise wir können hier gerade noch das Antennenröhrchen einbauen, hätte ich jetzt fast vergessen, dass das auch noch fehlt. So. 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 So, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Xmax. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.